Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselsalz mit der Bezeichnung 8 und dem Inhaltsstoff Natriumchloratum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Natriumchloratum kennen Sie alle unter dem Namen Kochsalz. In der hier vorliegenden, homöopathischen Form hat das Kochsalz einen regulierenden Einfluss auf den Flüssigkeitshaushalt. Ist etwas zu nass oder zu feucht, dann wird es wieder trocken. Ist etwas zu trocken, wird es wieder feucht. Daher hilft es immer dann, wenn mit der Haut offensichtlich etwas nicht in Ordnung ist. Das können zu trockener Haut, Akne, aber auch Rötungen und Schwellungen sein. Knacksende Gelenke weisen auf Knorpelgewebe mit zu wenig Wassergehalt hin. Auch da hilft Natriumchloratum in der Potenz D6. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüssler Wissen. Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.